10. Achtsamkeit auf die körperlichen Merkmale In diesem Kapitel werden wir erörtern, wie wir mit den verschiedenen Bestandteilen des Körpers so meditieren können, dass wir das Konzept Körper überwinden können. 11. In diesem Abschnitt des Satipatthana-Sutta analysiert der Buddha genauer, was wir Körper nennen, seine anatomischen Teile, die in ihm enthaltenen Elemente sowie seine Natur zu sterben und zu zerfallen. 12. Diese kraftvollen Meditationen helfen, unsere starke Identifikation mit dem Körper zu lösen und uns damit von dem Leiden zu befreien, das aus dieser Identifikation entsteht. 13. Die anatomischen Teile In den nächsten Anweisungen dieser ersten Grundlage der Achtsamkeit auf den Körper wird unsere Aufmerksamkeit auf eine Analyse der Bestandteile des Körpers gelenkt, indem wir seine anatomischen Komponenten betrachten. 14. Zitat In diesem Sutta werden 31 Bestandteile des Körpers erwähnt. An anderen Stellen finden wir 32 oder 36. Und manche Leerreden enden einfach mit dem Ausdruck, und was es sonst noch für Teile geben mag. 15. Warum fand der Buddha die Asupa, die unschönen Aspekte des Körpers, solch detaillierte Erwähnung wert? Und warum sollten wir uns damit befassen wollen? 16. Nun, was wir Körper nennen, scheint uns oft zu attraktiv und verlockend, doch aus einer anderen Perspektive ist es nur eine Ansammlung zusammenhängender Teile, von denen keines an und für sich besonders reizvoll ist. 17. Diese Betrachtung dient also dazu, die Macht dieser starken Prägung zu mindern. 18. Wenn wir unsere eigenen und die Körper der anderen aus dieser Sicht sowohl innerlich als auch äußerlich kontemplieren, erkennen wir auch die unbeständige, bedingte Natur all dieser anatomischen Teile. 19. Wir verstehen, dass dieser Körper, den wir so oft für unser Selbst halten, ein auf wechselseitiger Bedingtheit beruhendes System von Organen, Knochen, Blut, Nervenbahnen und anderen Komponenten ist. 20. So gesehen brauchen wir die Abnutzung oder die beeinträchtigte Funktion von Teilen dieses Systems nicht mehr als Versagen des Selbst oder als Niederlage des Körpers zu betrachten, sondern wissen, dass dies einfach der Natur aller bedingten Dinge entspricht. 21. Sie folgen schlicht dem zweiten Gesetz der Thermodynamik. Alle Systeme unterliegen dem Gesetz der Entropie und neigen damit zur Unordnung. 22. Angesichts all dessen ist es erstaunlich, wie schwer es uns trotz der überwältigenden Menge an Beweisen fällt, diese grundlegende Wahrheit über die Natur der Dinge anzunehmen. 23. Dieser Abschnitt des Satipatthana Sutta erinnert uns mit Nachdruck daran, wie unpersönlich und unzuverlässig der Körper naturgemäß ist. 24. Die Kontemplation darüber hilft uns, klarer zu erkennen, was der Körper wirklich ist und uns damit von körperbezogener Eitelkeit, Lust, Geringschätzung und Angst zu befreien. 25. Die Gefahr einer falschen Einstellung Bei dieser Praxis gilt es jedoch, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Wird sie mit der falschen Einstellung geübt, kann sie statt zur Gelassenheit, Freiheit und Beruhigung der Begierde unabsichtlich unheilsame Ablehnung und Ekel fördern. 25. Vor Jahren besuchte der bekannte kambodschanische Mönch Maha Gosananda während des alljährlichen 3-Monats-Retreats die Inside Meditation Society. 26. Während einer Sitzmeditation führte er die Praktizierenden durch eine ungewöhnliche Essmeditation. 27. Er lud die Teilnehmenden zu der Vorstellung ein, sie hätten etwas zu essen vor sich, würden es aufnehmen und in den Mund stecken und dann genau beobachten, was mit dem Essen passiert, während sie es kauen. 27. Nicht sehr angenehm. 28. Er fuhr fort, sie sollten innerlich vor sich sehen, was dann weiter mit dem Essen passiert, wenn es geschluckt wird, durch den Verdauungstrakt wandert, bis letztlich die Abfallstoffe ausgeschieden werden. 29. Das Interessante daran waren die Reaktionen der Meditierenden. 29. Eine fragte Maha Gosananda, warum er solch eine Abneigung gegen das Essen habe. 30. Tatsächlich hatte er jedoch überhaupt keine Abneigung dagegen. 30. Er tat nichts anderes, als uns durch den Prozess dessen zu führen, was jeden Tag in uns geschieht. 31. Manche Leute projizierten auf ihn jedoch ihre eigene Abneigung und ihren Widerwillen, sich die unattraktiven Aspekte des Essens bewusst zu machen. 31. Wir können lernen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, ohne Verlangen nach dem Angenehmen oder Ablehnung des Unangenehmen. 31. In diesem Abschnitt des Suttas verweist der Buddha auf die angemessene innere Einstellung. 32. Gerade so, als wäre da ein Beutel mit einer Öffnung an jedem Ende, gefüllt mit vielen Arten von Körnern, wie Hügelreis, Roterreis, Bohnen, Erbsen, Hirse und Weißerreis, und ein scharfsichtiger Mann würde ihn öffnen und ihn so untersuchen. 33. Das ist Hügelreis, das ist Roterreis, das sind Bohnen, das sind Erbsen, das ist Hirse, das ist Weißerreis. 34. So sieht er auch eben diesen Körper. 35. Diese ausgeglichene Betrachtung der unschönen Eigenschaften des Körpers kann uns alle zum Erwachen führen, weil wir dabei erkennen, dass es in Bezug auf den Körper nichts gibt, was wir als Ich oder Mein bezeichnen könnten. 35. So kann der Geist in einem Augenblick oder im Laufe der Zeit alles anhaften, loslassen und frei sein. Wie der Buddha sagte, 36. Bikkhus, wer anhaftet, ist gefesselt von Mara, wer nicht anhaftet, ist befreit. 36. Die Elemente Die nächste Anleitung des Buddha zur Betrachtung des Körpers führt den Geist auf noch subtilere Ebenen. 37. So dann, ihr Mönche, untersucht er prüfend eben diesen Körper, gleich wo und in welcher Haltung er sich befindet, als aus Elementen bestehend. 38. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Windelement. 38. Hier verwendet der Buddha das alte indische Konzept, dass die Materie grundsätzlich aus den vier Elementen besteht. 39. Aus Sicht der modernen Wissenschaft könnten wir diese vier Elemente auch als fest, flüssig, plasmatisch und gasförmig bezeichnen. 39. Im Jhana, einem Zustand äußerst intensiver Vertiefung, ist es auch möglich, den Körper auf subtilen Ebenen zu erfahren, die weit jenseits unserer normalen Wahrnehmung liegen. 40. Die vier Elemente korrespondieren mit bestimmten Aspekten dieser Erfahrungen. 41. Es wäre interessant, einmal einen genaueren Vergleich zwischen der aktuellen wissenschaftlichen Sicht der kleinsten Bausteine der Materie und diesen meditativen Wahrnehmungen anzustellen. 41. Doch auch in unserer gewöhnlichen Art, die Dinge wahrzunehmen, sind die vier Zustandsformen der Materie nützlich, um unser subjektives Empfinden des Körpers und der physischen Welt zu beschreiben. 42. Das Erdelement bezieht sich auf die Erfahrung des Festen und seiner Merkmale wie Steifheit, Härte oder Weichheit. 43. Das Wasserelement steht für die Eigenschaften der Bindekraft und der Fließkraft. 44. Trockenes Mehl beispielsweise verbindet sich nicht. Fügt man jedoch Wasser hinzu, verkleben die Teilchen zu einem Teig. 45. Den Kommentaren zufolge ist das Wasser weniger ein eigenständiges Element, sondern vor allem das, was alle anderen Elemente zusammenhält. 46. Das Feuerelement bestimmt die Temperatur, Hitze und Kälte. Es steht auch für das Empfinden von Leichtigkeit im Körper. 47. Das Feuerelement wirkt wärmend und lässt die Dinge altern. Zu viel Hitze verbrennt. 48. Dann sprechen wir im asiatischen Raum noch vom Verdauungsfeuer. 49. Ist es stark, wird die Nahrung gut verdaut. Ist es schwach, haben wir Magenprobleme oder Bauchweh. 49. Dieses Verständnis hilft, die burmesische Vorliebe für scharfe Chilis zu verstehen. 50. Sie brennen zwar beim Essen, aber die Leute mögen sie, weil sie gesund sind. 51. Das Luftelement bewirkt sowohl Bewegung im Körper als auch Empfindungen von Erweiterung, Ausdehnung, Aufblähung oder Druck. 51. Wenn wir in der Meditation auf das Heben und Senken der Bauchdecke achten, befassen wir uns mit dem Luftelement. 52. Betrachtung der Elemente. 52. Wir finden in den Suttas und Kommentaren zwar detaillierte Informationen zu den Elementen, aber es ist letztlich nicht so wichtig, genau zu wissen, welche Empfindung zu welchem Element gehört. 53. Es ist in Ordnung, unsere Empfindungen mit den gewohnten Begriffen zu bezeichnen, wissend, dass in ihnen das eine oder andere Element zum Ausdruck kommt. 54. Wir können die Betrachtung der vier Elemente auf unterschiedliche Weisen angehen, von denen uns jede zu Erkenntnissen über die drei Daseinsmerzen. 54. Was wiederum der Befreiung des Geistes von Anhaftungen dient. 55. In der Gehmeditation beispielsweise können wir in der Leichtigkeit, die wir spüren, wenn wir den Fuß und das Bein heben, das Feuerelement bemerken. 55. Während wir den Fuß nach vorne schieben, spüren wir Bewegung und Druck, das Luftelement. 55. Und sobald wir den Fuß wieder auf dem Boden absetzen, spüren wir die Härte oder Weichheit des Erdelements. 56. Die gewohnte Tätigkeit des Gehens auf diese Weise zu erleben, bewirkt eine wichtige Veränderung unserer Meditationspraxis. 57. Im Alltag sagen wir beispielsweise, ich spüre mein Bein. 58. Doch tatsächlich gibt es keine Empfindung Bein. 59. Wir spüren vielleicht Druck, Schwere oder Leichtigkeit und erzeugen daraus das innere Konzept Bein. 59. In der Meditation verlassen wir jedoch den Körper als Konzept und werden uns mehr des Körpers, als einem sich ständig verändernden Energiefeld bewusst. 59. Auf dieser Ebene verflüchtigt sich das Empfinden des Körpers als feste Substanz. 60. In unseren persönlichen Berichten forderte uns Sayadav Upandita auf, so genau wie möglich zu beschreiben, was wir spüren, wenn wir einen Schritt machen, und dann zu bemerken, was mit jeder dieser Empfindungen passiert. 61. Durch diese achtsame Präzision wird das Wechselspiel der Elemente im Körper deutlich. 62. Je mehr wir uns von dem Konzept Körper befreien und unmittelbar spüren, was gerade passiert, desto weniger anfällig sind wir für die damit anhergehenden Reaktionen wie Anhaftung, Verlangen, Ablehnung und Hochmut. 63. Mit dem Empfinden des Ich-Bin-Arbeiten Die Betrachtung der Elemente ist auch ein höchst wirksames Mittel gegen die tief verankerten Konditionierungen des Hochmuts oder Dünkels. Im buddhistischen Sinne stehen Hochmut oder Dünkel für die tiefe Überzeugung des Ich-Bin, Ich-Wahr und Ich-Werde-Sein. 64. Dies ist eine der letzten Geistestrübungen, die es zu entwurzeln gilt, und einer der letzten Schleier der Unwissenheit, die es vor dem vollen Erwachen zu beseitigen gilt. 65. Achten Sie einmal darauf, wie häufig das Empfinden des Ich-Bin in Ihnen auftaucht, wenn es um Ihren Körper geht, vor allem wenn Sie ihn mit dem Körper anderer vergleichen. 65. Achten Sie dann weiter darauf, wie viele verschiedene Gedanken und Gefühlsmuster durch diese Vergleiche ausgelöst werden, in wie viele Projektionen wir uns dadurch verlieren. 66. Kaufen Sie dieses Produkt und Sie werden aussehen wie die perfekt gestylten Wesen, die dafür Werbung machen. 67. Dass diese Vergleiche funktionieren, obwohl Sie mit derart offensächlichen Tricks arbeiten, ist ein Hinweis darauf, dass sie einem tief in unserer Psyche sitzenden Muster entsprechen. 68. Indem wir den Körper als eine Ansammlung von Teilen betrachten, die für sich genommen kaum verlockend sind, und den Körper einfach als ein Zusammenspiel von Elementen wahrnehmen, löst sich der Hochmut des Ich-Bin von alleine auf. 69. Auf den Körper bezogene Gefühle wie Stolz oder Minderwertigkeit sind da nicht mehr sinnvoll. 69. Bikku Nyanananda sprach im Zusammenhang mit dem Hochmut, die Elemente als selbst zu bezeichnen, von der widerrechtlichen Aneignung öffentlichen Eigentums. 69. Sariputta, einer der bedeutendsten Schüler des Buddha, beschreibt es so, Zitat 70. Es kommt die Zeit, in der das Wasser im großen Ozean nicht ausreicht, auch nur ein Fingerglied zu benetzen. 70. Wenn sogar dieses äußere Wasserelement, groß wie es auch ist, als vergänglich gesehen wird, als der Vernichtung, dem Verschwinden und der Veränderung unterworfen, um wie viel mehr dann dieser Körper, an dem durch Begehren angehaftet wird und der nur kurze Zeit über dauert. 70. Dies ist eine nachdrückliche Erinnerung an die grundsätzliche Instabilität der Elemente. 70. Die Beschreibung ähnelt verblüffend derjenigen vom Ende unserer Sonne als Stern. 71. Was bedeutet das im Hinblick auf das, worauf wir uns verlassen, wo wir Zuflucht suchen in der Welt? 71. Die Betrachtung der Elemente führt zu einer radikal anderen Weltsicht, die selbst das Konzept des Seins hinter sich lässt. 71. Im zweiten Teil der Anleitung zu den Elementen verwendet der Buddha ein anschauliches Bild, um diesen Perspektivwechsel zu verstärken. 72. So wie sich ein geschickter Metzger oder sein Gehilfe, der eine Kuh geschlachtet hat, an der Wegkreuzung niedersetzt, mit der Kuh zerlegten Einzelteile, 73. Genau so untersucht ein Bikku systematisch diesen seinen Körper, an welchem Ort, in welcher Stellung er sich auch immer befindet, wie er aus den Elementen besteht. 74. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Windelement. 75. Manche mögen von dem Bild der geschlachteten Kühe unangenehm berührt sein. Es mutet ja auch nicht besonders buddhistisch an. 75. Doch der Buddha verweist mit diesem Bild aus dem Alltag der Landbevölkerung auf tiefe Dharma-Weisheiten. Selbst im heutigen Indien finden Geburt, Leben und Sterben auf der Straße statt. Sie werden nicht versteckt oder geschönt, wie es im Westen häufig geschieht. Was will uns der Buddha mit diesem Beispiel sagen? Solange die Kuh noch ganz ist, bezeichnen wir sie als Kuh, egal ob tot oder lebendig. Doch wenn sie in Teile zerhackt am Straßenrand verkauft wird, reden wir nur noch von Fleisch. Dieses, vielleicht nicht so angenehme Bild, kann als Beispiel dafür dienen, was passiert, wenn wir den Körper aus Elementen bestehend erleben. Wir lösen uns vom Konzept eines Wesens, einer Person. Wir können das in der Gehmeditation erleben, wenn wir einfach nur spüren, wie die Empfindungen der verschiedenen Elemente entstehen und vergehen. In solchen Momenten empfinden wir den Körper nicht als festes Objekt, sondern bemerken die Empfindungen im Raum und das Erkennen dieser Empfindungen. In dem berühmten buddhistischen Kommentar aus dem 5. Jahrhundert, Der Weg zur Reinheit, wird die Wirkung dieser Kontemplation der Elemente erklärt. Zitat Zitat Ende Relative und absolute Wahrheit Durch unsere Praxis der Kontemplation der vier Elemente eröffnet sich uns ein Verständnis für zwei Prinzipien, die 2600 Jahren buddhistischer Weisheit zugrunde liegen. Es sind die Prinzipien von relativer und absoluter Wahrheit. Das Satipatthana Sutta erwähnt diese zwei Verständnisebenen zwar nicht ausdrücklich, sie liegen jedoch etlichen der Anweisungen in dieser Lehrrede zugrunde. Unter relativer Wahrheit verstehen wir die gewöhnliche Welt der Subjekte und Objekte, des Selbst und der anderen, der Geburt und des Todes. All unsere vertrauten Lebenserfahrungen sind Bestandteile dieser Wahrheit. Die absolute Wahrheit betrachtet dieselbe Welt, jedoch ganz anders. Auf der Ebene der absoluten, ultimativen Wahrheit gibt es keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Genau genommen überhaupt keine Dinge. Ihr tiefster Aspekt ist das Unmanifeste, das Ungeschaffene, das Ungeborene und Ungestorbene. Um zu verstehen, wie sich diese beiden Wahrheiten aufeinander beziehen, können Sie sich für einen Augenblick in ein Kino versetzen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ganz in die Geschichte des Filmes vertieft. Sie sind glücklich oder traurig, aufgeregt oder verängstigt, je nachdem welche Geschichte gezeigt wird. Und stellen Sie sich dann vor, Sie schauen auf und bemerken, dass der Film auf eine Leinwand projiziert wird. Sie erkennen, dass eigentlich außer ein paar farbigen Lichterscheinungen nichts passiert. Niemand verliebt sich gerade, niemand stirbt. Doch solange wir uns auf die Geschichte einlassen, erscheint uns alles ganz real. Und wir können das noch weiterführen. Was passiert mit unserer Erfahrung des Lichts, wenn es nirgends wiedergespiegelt wird? Wenn es keine Leinwand gibt? Noch nicht einmal Staubpartikel in der Luft? Ohne Objekt, auf dem es landen kann, ist das Licht unmanifest. Auf der relativen Ebene verhalten wir uns als Individuen und beziehen uns aufeinander im Kontext unserer persönlichen Geschichte und Geschichten. Auf der absoluten Ebene gibt es kein Selbst, kein Ich. Es ist niemand da. Alles ist ein Spiel sich unaufhörlich wandelnder Elemente. Im Sotanipata, einer der ältesten Sammlungen der Lehren des Buddha, verweist der Buddha ganz direkt auf diese Praxis der Freiheit. Zitat Was früher war, das trockne aus. Nicht sei dir künftig irgendwas. Wenn in der Mitte du nicht greifen wirst, befriedet wirst du leben dann. Für wen bei allem, was der Geist und Körper, es nichts mehr gibt, was er als mein noch liebt? Wer über Nichtvorhandenes nimmer klagt, der leidet nimmer in der Weltverlust. Für wen es nichts dergleichen gibt, ein Dies ist mein und Dies gehört den anderen. Wer Eigentum nicht finden kann, der klagt nicht also, ich besitze es nicht. Zitat Ende Sich um nichts sorgen, was es nicht gibt Die Betrachtung der Elemente verdeutlicht die Ebene, auf der es einfach kein Ich oder Selbst gibt. Auf dieser Ebene sind wir wirklich frei von den Dramen unseres Lebens. Eine Geschichte von einem der großen tibetischen Meister des vorigen Jahrhunderts, seine Heiligkeit, dem 16. Gyalva Karmapa, liefert ein wunderbares Beispiel dafür. Als er in einem Krankenhaus in Illinois im Sterben lag, trauerten seine um ihn versammelten Schüler um den bevorstehenden Verlust ihres geliebten Lehrers. Irgendwann wandte sich der Karmapa ihnen zu und sagte, Macht euch keine Sorgen, nichts geschieht. Aus der Sicht eines erwachten Wesens ist niemand da, der geboren wird oder stirbt. All das gehört zu dem Film auf der Leinwand. Auch hier gilt es jedoch vorsichtig zu sein. Es ist möglich, dass wir zu dieser absoluten Wahrheit eine Anhaftung entwickeln, bevor wir wirklich frei sind. Auch die Perspektive, dass alles leer und nichts wirklich ist, kann ein begrenztes Verständnis sein und zur Vernachlässigung der Praxis führen. Dann verlieren wir die Verbindung zu dem, was die Taoisten die 10.000 Freuden und die 10.000 Sorgen nennen. Der große indische Gelehrte des 2. Jahrhunderts, Nargajuna, warnte vor dieser Gefahr, als er schrieb, Es ist traurig, jene zu sehen, die irrigerweise an eine stoffliche, greifbare Wirklichkeit glauben. Doch noch viel erbärmlicher sind jene, die der Leerheit verhaftet sind. Nyoshul-Kendrin Potsche, der bekannte Joktschenmeister und Lehrer vieler westlicher Praktizierender, führte diese potenzielle Falle der Anhaftung an die Leerheit noch weiter aus. Zitat Eine reife spirituelle Praxis Erkennt die Einheit der relativen und absoluten Ebene, die einander informieren und zum Ausdruck bringen. Die Entwicklung dessen, was die vier himmlischen Verweilzustände genannt wird, liebende Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut, beruhen alle auf der konzeptionellen Ebene der Wesen. Mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle Wesen frei sein von Leiden. Je tiefer jedoch unser Verständnis der Selbstlosigkeit wird, desto freier und spontaner treten diese wundervollen Geisteszustände auf. Auf der relativen Ebene sind Liebe und Mitgefühl Zustände, die wir kultivieren. Auf der absoluten Ebene entsprechen sie dem natürlichen Wesen des Geistes. Dilgo Kuyenzerin-Potsche lehrte, wenn wir die leere Natur der Phänomene erkennen, entfaltet sich die Energie, das Gute in anderen hervorzubringen, ungehindert und mühelos. Dieses Verständnis lässt die seltene Blume des Bodhicitta erblühen, des erwachten Herzens, welches die eigene Praxis und das eigene Leben dem Wohle aller widmet. Es gilt dabei, ganz bescheiden anzufangen und einfach den Samen dieses Bestrebens in uns zu pflanzen, ohne Anmaßung und ohne große Erwartungen. Die Verwirklichung von Bodhicitta ist eine lebenslange Übung. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sagte dies sogar über sich selbst. Zitat Ich kann nicht behaupten, ich sei fähig, wirklich Bodhicitta zu praktizieren, aber ich bin davon enorm inspiriert. Tief in mir weiß ich, wie kostbar und segensreich es ist. Das ist alles. Zitat Ende Der zerfallende Körper Die letzte Anweisung des Buddha über die Achtsamkeit auf den Körper ist die Betrachtung verschiedener Zerfallsstufen von Leichen. Die meisten von uns haben kaum die Möglichkeit, sich dieser Praxis zu widmen. Deshalb will ich hier nur die Anweisungen aufführen und es dem Leser und der Leserin überlassen, diese auf für sie angemessene Weise zu kontemplieren. Zitat So dann, ihr Mönche, als sähe er einen Leichnam, hingeworfen auf einem Leichenfeld, einen Tag, zwei oder drei Tage tot, aufgedunsen, bläulich verfärbt, aus dem Flüssigkeiten sickern, wie er von Krähen, Falken, Geiern, Hunden, Schakalen oder verschiedenen Arten von Würmern verschlungen wird. Ein Skelett mit Fleisch und Blut von Sehnen zusammengehalten, ein fleischloses Skelett, blutverschmiert, von Sehnen zusammengehalten, ein Skelett ohne Fleisch und Blut von Sehnen zusammengehalten, voneinander gelöste Knochen in alle Richtungen zerstreut, weiß gebleichte Knochen von der Farbe der Muschelschalen, aufeinander gehäufte Knochen über ein Jahr alt, morsche Knochen zu Staub zerfallend, vergleicht er eben diesen Körper damit. Auch dieser Körper ist von derselben Art, so wird er sein, er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. Zitat Ende Besonders der letzte Satz der Anweisung kann uns eine deutliche Erinnerung daran sein, tief über die zerfallende Natur des Körpers und seiner Zustände nach dem Sterben nachzusinnen. Wir können uns Leichen in verschiedenen Verwesungszuständen vorstellen und uns daran erinnern, dass auch unser Körper dieser Natur ist. Manchmal sind wir so identifiziert mit dem Körper, dass uns diese Vorstellung schwer fällt. Doch auch der Zerfall ist ein Werk der Natur. Er betrifft alles, was lebendig ist. Je mehr wir uns dieser Wahrheit öffnen können, desto weniger klammern wir uns an die unmögliche Idee, unser Körper solle sich nicht verändern. Und umso weniger leiden wir, wenn er es tut. Eine interessante Praxis dazu könnte sein, sich am Straßenrand liegende, überfahrene Tiere genauer anzuschauen. Manchmal sehen sie ganz friedlich aus, als würden sie sich nur ausruhen. Doch häufig wurden sie schwer verletzt oder sie sind bereits von Raubtieren angefressen. Es ist kein angenehmer Anblick, doch es offenbart die Natur des Körpers, unseres Körpers, und hilft uns für die universelle Wahrheit von Tod und Zerfall zu öffnen. Es geht dabei jedoch nicht darum, eine morbide Faszination zu entwickeln, sondern zu lernen, den Körper ohne Anhaftung zu nutzen und gut zu versorgen. Allein diese Betrachtung kann uns zum vollständigen Erwachen führen. Und das ist ein angenehmer Anhaltung. 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 Und das ist ein angenehmer Anhaltung.